So sprechen wir über frühkindliche Aufklärung. Was passiert eigentlich, wenn wir das Thema Sexualbildung von Anfang an, frühkindliche Aufklärung in den Raum werfen? Also bei den meisten Erwachsenen passiert ja Folgendes, dass das irgendwie gefühlt nicht zusammenpasst. Sexualität, Kinder. Wir wollen ja alle dasselbe. Wir wollen ja die Kinder schützen. Kinder sind schützenswerte Menschen, tritt Schutzbefohlene. Und wenn wir über Sexualität aus Erwachsenensicht nachdenken, dann denken wir an Sex. Wir denken an Geschlechtsverkehr. Wir denken an eine zielgerichtete Aktion, die Befriedigung irgendwo dann als Ziel hat. Das ist die Sexualität der Erwachsenenwelt. Das ist auch korrekt. Sexualität der Erwachsenen ist überhaupt nicht vergleichbar mit Sexualität der Kinder. Und das geht vielen gar nicht in den Kopf und viele wissen auch gar nicht, was Sexualität eigentlich alles beinhaltet. Und hier passiert halt Folgendes. Wenn man Menschen, die jetzt nicht das Know-how haben, erzählt, ja, frühkindliche Aufklärung ist sehr wichtig, dann denken die gleich, oh, was für ein Perverser. Das gehört da nicht hin. Nein, Kinder haben mit Sex nichts zu tun. Wenn man aber sagt, man möchte dem Kind den eigenen Körper beibringen, wie was heißt, wo die Grenzen auch sind, um einfach auch ein Selbstwertgefühl zu entwickeln und zu stärken, dann hat das irgendwie ein anderes Geschmäckle. Und genau das ist es eben. Sexualität bedeutet nicht nur Geschlechtsverkehr. Sexualität bedeutet die Akzeptanz des eigenen Körpers und des Geschlechts. Ich gucke an mir runter und sehe da was und denke, oh, das heißt Vulva oder das heißt Penis. Und genauso wie das bei mir aussieht, ist das okay. Das ist normal, wenn man diesen Begriff nennen möchte. Egal, was ich bei wem anders sehe. Ich weiß, ich bin so, wie ich bin, bin ich okay. Es macht also schon was mit dem Selbstwertgefühl. Und es macht schon was, indem man Geschlechtszahlen einfach einen Begriff gibt, einen Namen gibt. Denn schon hat sowas auch eine Bedeutung. Und wenn etwas eine Bedeutung hat, dann ist etwas wichtig und auch schützenswert. Sexualität bedeutet aber auch, wie Menschen Beziehungen eingehen, Beziehungen gestalten. Sie ist also auch eine Basis für gesunde Beziehungskompetenz. Ob Mama, Papa oder Papa und Papa oder Mama und Mama, wie die zueinander stehen, was die für eine Beziehung haben, was die für eine Bindung haben. Sexualität bedeutet also auch Bindung, Bindungsfähigkeit. Und das vermittelt Sexualbildung, körperliche und emotionale Grenzen. Ich weiß von mir selber und bei anderen Mitmenschen, wie weit ich gehen darf und sollte und wo eine Grenze ist. Wenn ein Kind, ein anderes Kind kitzeln möchte und das eine Kind sagt, was gekitzelt wird, ich möchte das nicht, das ist meine Grenze, stopp, dann gilt es, das zu respektieren. Wir vermitteln also den Kindern schon sehr früh auch eigene Körpergrenzen. Und indem wir dem Kind einen Namen geben, Vulva, Vagina, Penis, Hodensack, können sie sich auch dementsprechend äußern. Und das wiederum schützt vor sexualisierter Gewalt. Es ist präventiv, die Kinder frühzeitig aufzuklären. Und das muss eben in die Köpfe rein. Wir Menschen, das ist nachgewiesen, das ist wissenschaftlich, werden als sexuelle Wesen geboren. Es fängt schon beim Kuscheln und Schmusen als Baby an. Und diese Art von Sexualität ist Bindung. Und nicht Sex. Ein Kind, was beim Wickeln auf dem Rücken liegt, nackig, und sich da irgendwo im Geschlechtsteil rumspielt. Da denkt doch kein Erwachsener hoffentlich dran, oh das Kind masturbiert jetzt, das macht sich schöne Gefühle. Da denkt doch kein Mensch drüber nach. Wenn das Kind aber älter wird, drei, vier, fünf Jahre, dann sieht die Welt schon so langsam anders aus. Aber das gehört sich ja nicht als Kind. Doch, es gehört sich. Kinder sind sexuelle Wesen. Und kindliche Sexualität bedeutet, ich probiere was aus. Ich taste was. Ich bin spielerisch damit beschäftigt, mich zu erkunden. Also, das Kind, was beim Wickeln auf dem Rücken liegt und sich an die Vulva greift oder am Penis zieht, das guckt natürlich, was das ist. Es ist spielerische Sexualität. Hat nichts zu tun mit Erwachsenensexualität, die zielgerichtet, genital fokussiert und auf eine meistens Befriedigung ausgerichtet ist. Also ist Sexualität einer der wichtigsten Bausteine für die Identifikation als Mensch und mit dem eigenen Geschlecht. Egal, wie man sein Geschlecht dann auch interpretieren mag. Es gibt ein positives Körpergefühl zu wissen, was ich bin, woraus ich bestehe, was für was gut ist. Und Kinder stellen einfach unglaublich viele Fragen. Und es gibt so viele Beispiele aus dem Alltag. Ich werde gleich nochmal ein paar anbringen. Aber was machst du denn, wenn ein Kind dich dann irgendwann fragt, wie kommt eigentlich ein Baby in den Bauch? Oder wo kommt eigentlich das Baby her? Wollt ihr echt die Geschichte mit diesem Storch erzählen? Wollt ihr echt sagen, ja, da kommt ein Storch, da ist ein Weidekörbchen, da liegt ein Kind drin, du wirst halt durch die kalte Luft getragen und vor eine Tür gestellt und Mama und Papa haben dich gefunden? Was macht das denn mit der Eigenidentifikation? Mich hat irgendein anonymer weißer Vogel gebracht. Das ist doch Quatsch. Ich bin das Produkt von Nähe, von Beziehung, von Bindung zwischen Mama und Papa oder Papa und Papa oder Mama und Mama. Und das ist doch ein ganz anderes Learning für die Kinder. Krass, ich bin entstanden, weil Mama und Papa sich nah waren. Man muss jetzt nicht im Detail erklären, was Sex ist, was Ejakulation ist, was Samen sind. Das kannst du einem Einjährigen erklären, aber das wird hier reingehender rausgehen. Das Kind wird mitnehmen, okay, ich bin irgendwie entstanden zwischen Mama und Papa. Da war eine Beziehung, eine Bindung. So, und das ist genau der Punkt. Sexualbildung ist ja nicht, ich erkläre dem Kind Geschlechtskrankheiten, ich erkläre ihm Verhütungsmethoden, ich erkläre ihm Sex. Sondern ich gebe ihm häppchenweise auf dem Lebensweg Informationen mit, bis es ein Mensch ist, der mit Sexualität arbeiten kann. Der weiß, was da los ist. Genau das Gleiche passiert doch, nehmen wir das Klettergerüst. Wir alle stehen stundenlang als Eltern an so einem Klettergerüst. Ein Kind, was mit einem Jahr drauf tapst und da die erste Sprosse erklimmt, da gucken wir nicht einfach von hinten zu, sondern wir gehen hin und halten das Kind fest und erklären dem Kind, was das ist. Klettergerüst, kannst du hochklettern, kannst aber auch runterfallen, tut weh, aua, aua. Das heißt, hier geben wir ihm häppchenweise schon Informationen. Die eine Taktik ist jetzt natürlich, oh, Klettergerüst ist natürlich potenziell gefährlich. Kannst du runterfallen, kannst dir wehtun, Krankenhaus, alles doof. Also verbiete ich dir, auf Klettergerüst zu klettern. Ich verbiete dir einfach zu klettern. Das ist die Taktik der Menschen, die sagen, Sexualbildung ist nichts für Kinder. Ich verbiete einfach Sexualbildung. Ich verbiete das Klettergerüst, die potenzielle Gefahr für das Kind. Verbiete ich einfach. Die Krux ist, Kinder werden ja zwangsläufig mit dem Thema Klettern konfrontiert. Spätestens in der Schule. Kinder werden definitiv und sowas von zwangsläufig mit dem Thema Sexualität konfrontiert. Hundertprozentig, sie kommen gar nicht drum rum. Ich kann also irgendwann mal zugucken, wie mein sieben-, achtjähriges Kind noch nie geklettert hat und in der Schule es erstmal klettern muss und selbst damit klarkommen muss. Mach du mal. Geh mal ins kalte Wasser. Guck mal, wie du hochkommst, wie du runterkommst. Weißt du denn nicht, wie sich das anfühlt? Genau dasselbe passiert bei der Sexualität. Mach einfach mal. Ich habe das ignoriert in deiner Kindheit. Du musst jetzt klarkommen. Nein. Was wir machen beim Klettergerüst ist, Jahr für Jahr und Entwicklungsschritt für Entwicklungsschritt das Kind begleiten. Auf die erste Sprosse. Auf die zweite Sprosse. Das Kind merkt, wie sich ein fester Griff anfühlt. Merkt, wie es gut steht, wie es sicher steht. Merkt aber auch, wenn es zu hoch geklettert ist, dass es Schiss bekommt und wieder runter möchte. Ach, wie gut, dass da Mama oder Papa hinten stehen und eine schützende Hand unter dem Kind haben und sagen, ich bin da. Sag Bescheid, wenn ich dich nehmen soll. Konzentrier dich. Jetzt der Fuß. Wir geben Informationen. Wir begleiten das Kind auf der Entwicklung, ein guter Kletterer oder eine gute Kletterin zu werden. Genau dasselbe sollten wir mit Sexualität tun. Und nicht sollten, sondern wir müssen es tun. Häppchenweise, Stück für Stück. Ich erzähle dem Kind doch nicht, wenn du von oben runterfällst, brichst du dir den Arm, der guckt so raus. Überall Blut, Infektionen, brauchst Antibiotikum, wochenlang Gips, bist im Krankenhaus. Das erkläre ich doch einem zweijährigen Kind nicht. Sondern ich sage nur, wenn du runterfällst, macht Aua. Also hier gut festhalten. Genauso mache ich es mit Sexualbildung. Ich sage dem Kind nicht, das ist die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, das passiert, wenn du kein Kondom nutzt. Sondern ich erkläre dem Kind ganz kindgerecht und entwicklungsgerecht, was Sexualität ist. Wo das Baby herkommt. Genau dasselbe kann man als Beispiel nehmen für das Fahrradfahren. Klar kann ich dem Kind verbieten, Fahrrad zu fahren, weil potenziell gefährlich. Also ich möchte mein Kind schützen, ich sage hier, potenzielle Gefahr, mach einfach nicht. Nein, wir machen das nicht. Wir führen unser Kind Stück für Stück ans Fahrradfahren heran. Ich erkläre ihm ja nicht bei der ersten Fahrradsession, wie die Straßenverkehrsordnung aussieht. Was welches Schild bedeutet. Das ist ja viel zu viel Information für das Kind. Kind gerecht, häppchenweise Aufklärung. Und genau das macht frühkindliche Sexualaufklärung. Nicht volle Kanne, sondern Stück für Stück. Und das ist das, was die Leute nicht wissen, deswegen nicht verstehen und deswegen grundsätzlich einfach ablehnen. Und diese Ablehnung, die ist nicht nur ignorant, sondern eben auch gefährlich für Kinder, die völlig blanko in eine Gesellschaft, in eine Welt reintreten, die einfach sexuell ist. Sie werden damit konfrontiert. Und ob das jetzt irgendwelche freizugänglichen pornografischen Inhalte sind oder der Biologieunterricht oder einfach der Sportunterricht, wo man sich umzieht und auf einmal oder im Schwimmbad jemanden mal nackig sieht. Und diese Menschen sehen irgendwie anders aus. Das macht was mit einem. Da kann ich mal eine persönliche Anekdote erzählen. Ich war vielleicht sechs, sieben Jahre alt, war bei meinem besten Kumpel. Der wollte aufs Klo, musste Pipi, kommst du mit? Klar, komm ich mit. Und der Kumpel war beschnitten. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Bei ihm sah das aber komplett anders aus als bei mir. Was mache ich mit meinem Selbstbewusstsein, was ich damals hatte? Ich habe nicht gedacht, ja, ich bin der Normale, der ist der Freak. Sondern ich dachte, ich wäre unnormal. Und das dachte ich, ohne Quatsch, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ich hatte mit fast 18 Jahren mein erstes Mal Geschlechtsverkehr. Bis dahin wusste ich noch nicht, dass unter so einer Vorhaut eine Eichel ist. Das wusste ich einfach nicht. Damals war das noch nicht so mit pornografischen Inhalten. Das kam so langsam. Paris Hilton etc. Aber das war ja alles so aus der Ferne. Ich habe da nicht im Detail hingeguckt. Habe mich damit auch nicht beschäftigt. War ein bisschen später mit der Entwicklung. Und war jetzt beim ersten Mal völlig irritiert, als beim Geschlechtsverkehr meine Vorhaut nach hinten rutschte. Ich habe währenddessen gemerkt, da passiert irgendwas. Das fühlt sich komisch an. Ich dachte, meine inneren Organe kommen raus. Ich bin aufs Klo gerannt und war völlig entsetzt. Das hat natürlich auch wehgetan. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von meinem Körper, von meinem Genital. Das hatte für mich keine Begrifflichkeit. Ich war massiv verunsichert. Und das darf nicht sein. Und das ist ein witziges Anekdötchen jetzt, wo man 36 ist. Aber das kann ganz anders enden. Also Sexualbildung in frühen Jahren ist wichtig. Also was ist, wenn Leute sagen, Sexualität bei kleinen Kindern kommt überhaupt nicht vor. Das ist abartig, das ist pervers. Wenn man so früh aufklärt, wird das Kind auch viel zu früh sexuell aktiv. Das sind ja alles so Mythen und Falschinformationen, die ja sogar wissenschaftlich widerlegt sind, die aber da kursieren. Und wenn man diese aggressiven Formulierungen zum Teil mal durchschaut, was dahinter steckt, dann ist ja da meistens ein großer Aspekt Sorge dahinter, dass ich mein Kind einfach schützen möchte. Und da ist ein großer Aspekt Unsicherheit. Woher kommt die Unsicherheit? Ich habe es gerade mit meiner Anekdote erzählt. Wir haben es selbst nicht gelernt. Wir sind eine Elterngeneration, die meistens auch noch nicht damit konfrontiert wurde. Die überhaupt nicht so richtig das Wort Vulva aussprechen können. Wir haben unser Kinderbuch gelauncht. Und wie viele haben da geschrieben? Also super Buch, aber ich musste echt schlucken, als ich das erst mal Vulva vorlesen musste oder Penis. Vulva, Penis, Hoden sagt, das sind ja noch nicht mal schlimme Wörter. Vulva ist ein schönes Wort. Vagina ist ein schönes Wort, viel besser als Scheide oder Muschi oder was weiß ich noch, Schmuckkästchen. Also das sind ja zum Teil schöne Worte, die wir trotzdem nicht über die Lippen bekommen. Warum bekommen wir das denn nicht über die Lippen? Muss man sich immer fragen. Das ist ja ein normales Wort wie kleiner Finger. Übrigens, für Kleinkinder hat der Penis die gleiche Bedeutung wie der Mittelfinger oder der Zeigefinger. Die haben noch nicht dieses Schamgefühl, das entwickelt sich im Grundschulalter, dass sie ein Schamgefühl entwickeln. Aber am Anfang haben die überhaupt keine Hemmung, was das angeht. Die sind gerne nackt. Die ziehen sich einfach aus. Und hier ist es an uns Eltern, das eben im geschützten Rahmen stattfinden zu lassen. Und nicht im Schwimmbad oder im Kindergarten, sondern zu sagen, du darfst dich nackt machen, wenn du das möchtest. Aber mach es bitte in einem geschützten Rahmen. Zu Hause oder im nicht einsehbaren Garten. Nackt sein ist völlig okay. Verbietet diesen Kindern nicht nackt zu sein. Das ist ein herrliches, erfrischendes Gefühl. Wenn wir mal ehrlich sind, wer zuletzt mal nackt schwimmen war, das ist herrlich. Nackt schwimmen ist cool. Es ist schön, es ist wohlig. So geht es Kindern auch. Und ihr dürft nicht vergessen, Kinder haben diese Schamgrenzen noch nicht, die sich dann entwickeln. Und zurück zu diesen Aussagen. Ja, es steckt eine Riesenportion Unsicherheit dahinter, weil wir es selbst nicht besser gelernt haben. Also übernehmen wir einfach diese Thematiken und umschiffen sie. Wir übernehmen die Art, wie es uns vermittelt wurde. Und das war zum Teil halt gar nicht. Denn irgendein Storch bringt irgendwelche Babys. Und da unten, das heißt halt Pillermann und Johannes oder irgendwas. Dann gibt es natürlich, wie ich schon erwähnt habe, viele Mythen. Da stecken zum Teil auch kulturell-religiöse Aspekte dahinter. Also ich meine, in der Bibel ist die Tonalität ja, dass auch Sexualität etwas Sündenbehaftet ist. Sünde und Schuld. Und deswegen steckt da natürlich auch manchmal viel mehr hinter, als nur eine mangelnde Aufklärung. Und oftmals, und das kommt auch aus den 70ern, wird ja gesagt, wenn wir die Kinder zu früh an Sexualität ranführen, immer wieder dieses Sexualität der Erwachsenenwelt, dieses Sex-Geschlechtsverkehr-Gedanke, dann übersexualisieren wir die Kinder und die werden dann früher sexuell aktiv. Das ist ja immer das Argument. Kommt immer, immer wieder. Und da gibt es einfach, es gibt einfach Statistiken. Da werden Kinder gefragt, wann sie das erste Mal hatten. Also eine unglaublich valide Statistik. Und da gibt es jedes, jede zwei bis drei Jahre eine schöne Studie, die nennt sich Jugendsexualität. Und das ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diesmal war es die neunte Welle im Jahr 2020. Und ich darf zitieren. Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren geben deutlich weniger Mädchen und Jungen an, sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, als noch vor zehn Jahren. Während Sexualaktivitäten unter den 14-Jährigen insgesamt mit durchschnittlich 4% noch die Ausnahme sind, hat im Alter von 17 Jahren mehr als die Hälfte Geschlechtsverkehr-Erfahrung. So. Wir sehen also, trotz pornografischer Inhalte, trotz großen Kampagnen auch der sexuellen Aufklärung, auch in Schulen, trotz Kinderbüchern, die auf den Markt geschwemmt werden, bleibt das Alter des ersten sexuellen Kontaktes fast erstens identisch und wird sogar nach hinten verschoben. Das sind also Argumentationen, die einfach völlig aus der Luft gegriffen sind und nichts mit Realität, Statistik oder Wissenschaft zu tun hat. Ich verstehe trotzdem diese Skepsis und Kritik. Und ich versuche das ja gerade ein bisschen zu entschärfen, was Sexualität eigentlich bedeutet. Wir müssen wirklich davon abkommen und absehen, dass Sexualität des Erwachsenenseins gleichbedeutend ist mit Sexualität der Kinder. Es ist komplett unterschiedlich. Und das müssen wir einfach verstehen. Und wir müssen auch verstehen, was Sexualität alles bedeutet und dass es eben nicht nur Geschlechtsverkehr ist. Wir immer mit unserem Sex, wir immer mit unserem Orgasmus. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Und ich finde, wer folgende 5-6 Fragen aus dem FF beantworten könnte, der darf mitreden. Der ist fit. Der kann sagen, okay, ich kenne mich mit kindlicher Sexualität aus und darf deswegen auch eine wirklich professionelle Meinung dazu vertreten. Jeder darf seine Meinung vertreten. Aber man muss sich wirklich mal in die eigene Nase fassen. Habe ich davon überhaupt einen Plan? Wenn ich da etwas grundlos kritisiere, habe ich natürlich meine Meinung dazu. Aber habe ich überhaupt eine Ahnung davon? Ich erzähle ja auch nichts von einem Motor, von einem Traktor, der vielleicht lauter ist als ein anderer. Keine Ahnung. Vielleicht ist der ja viel sparsamer oder vielleicht ist der ja viel CO2-neutraler, aber er ist lauter. Und ich stelle mich dahin zu sagen, das ist ein Kackmotor. Der ist ja viel lauter, der macht viel mehr Lärm, bla bla bla. Ich habe überhaupt keinen Plan davon. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ich mir hier mal irgendwo notiert hatte. Da ist es. Also, wenn du die beantworten kannst, super gut, kannst du mitreden. Stell dir mal vor, dein Sohn macht Nackt-Doktorspiele, sogenannte Körpererkundungsspiele, mit einem Freund. Ist das okay oder ist das nicht okay? Und wenn es okay ist, unter welchen Regeln ist das okay? Was muss da für Voraussetzungen gegeben sein, dass das okay ist? Kannst du sie sagen? Ja, nächste Frage. Welche Begriffe sind die richtigen für die Genitalien? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Ich denke, diese Frage sollte hoffentlich früher oder später jeder beantworten können. Dazu mal eine Anekdote noch. Das möchte ich auch nochmal sagen, bevor ich zur nächsten Frage komme. Wenn ein Kind zu dir kommt, ein Junge, und sagt, oh, da hat mir jemand an den Johannes gegriffen. Das wollte ich nicht. Hat das die gleiche Bedeutung, wie wenn er kommt und sagt, da hat mir jemand an den Penis gegriffen und das wollte ich nicht? Man weiß ja überhaupt nicht, was der Johannes ist. Das kann ein Stofftier sein. Das kann, was weiß ich, sein. Eine Paw Patrol-Figur. Wenn ein Mädchen zu dir kommt und sagt, dieser Mensch hat mir ins Schmuckkästchen gegriffen, dann hat das doch nicht die Bedeutung, wie wenn das Mädchen sagt, dieser Mensch hat mir in die Vagina gegriffen. Das hat doch eine ganz andere Dimension. Und es hat auch eine andere Dimension, gleich schlimm, aber es hat eine andere Dimension, ob es die Vulva ist oder in die Vagina. Also wenn jemand an die Vulva greift, schlimm genug, wenn das ungewollt ist und wenn das nicht in Form von irgendwelchen Körperkundungsspielen ist. Aber in die Vagina hat auch eine ganz andere Dimension, Verletzungsgefahr, Infektionsgefahr, Traumatisierung. Es ist doch ein ganz anderes Paar Schuhe. Und es ist doch wichtig, dass Kinder das zu unterscheiden lernen. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, es juckt mir da an der Vulva, hat das doch eine ganz andere Bedeutung für Kinderärztinnen und Kinderärzte, als zu sagen, es juckt mir in der Vagina. Das zu unterscheiden lernen, was ja viele ärzte Frauen noch nicht mehr unterscheiden können, hat doch eine Tragweite. Nicht nur therapeutisch für irgendwelche Kinderärztinnen und Kinderärzte, sondern eben auch, was sexualisierte Gewalt angeht. Also das zum Thema, die richtige Benennung von Genitalorganen, mal unabhängig davon, dass das was mit dem Selbstwertgefühl mit dem Körpergefühl macht. So, nächster Punkt. Papa geht mit der Tochter nackt in die Badewanne. Papa ist nackt, das Mädchen ist nackt. Ist das okay? Oder ist das nicht okay? Darf mein Kind, wenn man nackt in der Badewanne ist, überhaupt das Genital berühren? Darf eine Tochter den Penis von dem Papa berühren? Was gibt es da für Regeln? Das Kind scheint zu masturbieren, vier, fünf Jahre, rubbelt da rum, macht sich schöne Gefühle. Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Unter welchen Umständen ist das erlaubt? Sollten Eltern explizit vor sexuellem Missbrauch warnen oder lösen sie damit nur Ängste aus? Sind das Fragen, die ihr aus dem Stegreif richtig beantworten könntet? Ich denke, und da möchte ich euch auch nicht zu nahe treten, bei allem Respekt eures Wissens auf vielen Gebieten. Ich denke, die meisten werden da unsicher sein oder bei der einen oder anderen Frage es nicht richtig wissen. Ja, und das muss sich ändern. Diese Fragen müssen aus dem FF beantwortet werden können, damit wir unsere Kinder, und da kommen wir zu dem Ausgangspunkt dieser ganzen Diskussion eigentlich zurück, damit wir unsere Kinder schützen können. Damit wir ihnen genau das vermitteln können, was wir sogar noch nicht wissen. Wo ist eine Grenze? Welche Grenze darf überschritten werden? Welche nicht? Ich, es ist mein Körper und über meinen Körper bestimme ich. Das ist ein Grundsatz, den wir alle haben. Wenn dir jemand auf der Straße über den Weg läuft und greift dir einfach an die Nasenspitze, dann machst du da. Sagst du, ist okay. Oder wärst du dich und sagst, was soll das denn hier? Lassen Sie das mal. Als weiteres ist der Fall. Aber das können wir nur, weil wir wissen, die Nase gehört uns. Das ist unser Körper. Das ist die Grenze. Und das lernen wir natürlich im Laufe unseres Lebens mit irgendwelchen Erfahrungen, die wir so sammeln. Aber das müssen Kinder auch schon wissen. Und vor allen Dingen, wenn es um das Thema Genitalorgane geht und allgemein Körpergrenzen. Also, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Was ist das Learning? Erwachsenensexualität hat nichts mit kindlicher Sexualität zu tun. Kindliche Sexualbildung ist enorm wichtig. Nicht im Hinblick auf Sex, sondern auf die eigene Identifikation, auf das Selbstwertgefühl, auf Körpergrenzen. Und das alles ist Prävention. Es macht nicht nur das Kind stärker, selbstbewusster, sondern es schützt dein Kind, wenn du frühkindliche Stückchen für Stückchen Sexualbildung zugutekommen lässt. Kinder stellen viele, viele Fragen. Die Fragen werden kommen. Und wenn das Kind einfach fragt, was habe ich da unten? Wie kommt ein Baby in den Bauch? Wo war ich eigentlich vorher, bevor ich in deinem Bauch war? Das sind doch alles Fragen. Das ist alles Sexualbildung. Und diese Fragen musst du auch kindgerecht beantworten können. Das ist so. Du kannst nicht einfach die Fragen ignorieren. Dein Kind fragt auch, warum fließt der Fluss immer in die eine Richtung, nicht in die andere? Warum ist der Himmel blau? Warum macht Windgeräusche bei Bäumen? Warum raschelt das? Das sind alles Fragen, die wir beantworten müssen. Wir müssen es nicht ad hoc aus dem Stehgreif wissen. Es ist voll okay zu sagen, muss ich drüber nachdenken. Ich beantworte es dir später. Aber dann beantworte es auch später. Für kindliche Fragen sind existenziell für Kinder. Die müssen verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn ein Baby im Bauch ist, ist das spannend. Wie kommt dieses Baby da in den Bauch? Das ist ja sogar für uns spannend, das zu verstehen. Und natürlich musst du da nicht dein biologisches Superwissen zum Besten geben und irgendwas von Mitose und Majose erklären, sondern du musst einfach altersgerecht, entwicklungsgerecht gucken, wie weit ist mein Kind, was für Informationen kann das Kind jetzt schon haben und dann eben entsprechend antworten. Mama und Papa sind sich sehr nah gekommen. Sie hatten einen schönen Moment und daraus bist du entstanden und dann wächst du in dem Bauch, in der Gebärmutter der Mama, da ist ein Mutterkuchen, der ernährt dich und da kommen ja immer mehr Fragen. Und was du auch merkst bei diesen Fragen ist, wie du mehr und mehr dein Kind lernst zu schützen. Wie du auf einmal viel mehr vermittelst, als nur, wie ist das Baby in den Bauch gekommen. Dann sagst du, wir sind uns nah gekommen. Hä, ja, wie denn nah gekommen? Wo denn? Ja, das macht man nur in einem geschützten Rahmen. Bei uns war das im Schlafzimmer. Wir hatten die Bettdecke drüber. Das war ein schöner Moment für uns. Also Stück für Stück vermittelst du dem Kind ja gleichzeitig, das ist eine Körpergrenze. Die Körpergrenze kann sich aber auch verschieben, wenn man jemanden sehr gern hat. Beziehung und Bindung, Mama und Papa, Liebe sogar und dann entsteht da ein Kind draus. Und das sind Informationen, das reicht dem Kind. Wenn das Kind 14 Jahre alt ist, klar braucht das andere Informationen als wir sind uns nah gekommen und daraus bist du entstanden. Das ist ja ganz logisch. Deswegen erzählt man ja auch dem Kind nicht mit einem Jahr die Straßenverkehrsordnung, aber mit 14, 15, 16, wenn es um den Fahrradführerschein auch irgendwann mal geht, dann ist das natürlich wichtig. So, und das ist das, was viele nicht verstehen und jetzt hoffentlich besser verstehen können. Und egal, wann ihr mal damit konfrontiert werdet, zeigt ihnen diesen Podcast, dieses Video, zeigt ihnen die Ausschnitte. Und ich hoffe, dass nach dieser 25 Minuten, halben Stunde es einigermaßen klarer ist, warum es so wichtig ist, die Kinder früh aufzuklären. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte einigermaßen Klarheit schaffen, das neutralstmöglich hier umreißen. Bei aller Emotionalität dieses Themas gilt es trotzdem daran zu denken, was mache ich da eigentlich? Ich schütze mein Kind und das ist das Wichtigste, was wir machen und wir schützen es nicht, indem wir es vor den Gefahren dieser Welt einfach verstecken, es nicht klettern lassen, es nicht Fahrrad fahren lassen, sondern es begleiten auf dem Weg in diesem Leben. Das ist unser Job. Das ist ein schöner Job, der macht Spaß und es ist schön, die Entwicklung zu sehen, aber es gibt ein paar Regeln. In diesem Sinne, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.